Das ist ja echt mal was, äh, fast es nicht. Ich auch nicht. Bist du dir sicher? Ich glaub schon, ja. Ich meine, woher willst du denn wissen, dass du dich verliebt hast? Ja, weil sie sich verliebt hat. Was ist los? Anna? Ja, Anna. Das ist doch so ein Ausprobierding. Also ganz ehrlich, ich hab auch schon mal mit den Gedanken gespielt. Ach ja? Ja. Mehr so theoretisch. Aber es ist keine Theorie, es ist ein Gefühl. Habt ihr schon geküsst? Ja. Du, das muss ja nichts heißen. Ganz im Ernst, das vergeht wieder. Das erzähl doch erst mal. Ja, es ist jedenfalls passiert und es geht nicht weg. Wie war denn der Sex? Ich hab sowas noch nie gespürt, es ist einfach... Ekelig. Nee. Es ist richtig. Du hattest einfach noch keinen echten Sex, oder? Wirst du das jetzt leben, oder wie? Aber was soll denn das heißen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und was soll das uns werden? Das ist eine ganz andere Welt. Die denken anders, die wählen anders. Wicken anders. Boah. Boah. Es ist nur Sex. Okay. Ich muss doch nicht jemand anders werden. Das ist Andreas. Untertitelung. BR 2018